moin leute und herzlich willkommen zum angeln heute angeln wir also ist so ein angelspiel ich weiß nicht was mich hier erwartet aber irgendwas mit angeln ja dann würde ich mal sagen dass wir uns das ganze mal anschauen so club möchtest du einen angeklub beitreten schau dir die club liste an um einen passenden club zu finden ab level 5 kannst du selbst einen club erstellen also gründen so profil level 1 club ein bla 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 so rangliste nachrichten was derzeit keine nachrichten will auch keine freunde einladen niemand würde dieses spiel spielen aber ich will nicht schlecht von diesem spiel sprechen deswegen werden wir jetzt einfach mal starten was haben wir nur mit beruht fängt man kleine fische muss man jetzt noch was auswählen oder kann man jetzt einfach hier habe ich jetzt gezogen unser erster fisch ist drin so werfen wir noch mal aus hier so den nächsten fisch haben wir so 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 okay das geht es relativ schnell aber kann man hier nicht noch was anderes machen hier kann man das ausrüsten wir nehmen mal brot und hier ist ausgerüstet ok dann diese würmer so auswerfen so ausgerüstet ok dann ist da haben wir wie so so weiter angeln noch mal ein wurf hier ich muss sagen für leute die das die gerne angeln ist das bestimmt was aber in echt ist es doch glaube ich noch viel cooler weil das wird irgendwann glaube ich ziemlich langweilig haben wir nur dasselbe macht und ein bisschen brot freischalten und halt die level so wir müssen auch die angel und so dann irgendwann reparieren aber viel können wir nicht machen ja da gibt es auch andere orte dann können wir da mal hingehen so wurm ist ausgewählt da kommt er damals an oben rechts sehen wir noch mal unser level oder gleich bisschen steigen so nächster fisch komm her so so noch ein wurf dann haben wir level 4 erreicht und wir haben extrem viel cash 6.522 so level 4 lohnung gekommen jetzt haben wir schon wieder 8522 ja was können wir hier einen shop machen über eine angekaufen ich glaube dann warten wir doch ein bisschen ab bis für die kaufen können also vielleicht wird das noch in dieser folge vielleicht kaum mehr folgen ich weiß nicht wie lange das spaß ich muss ehrlich sagen das macht jetzt so am anfang ein bisschen spaß aber geht so um sagt habe ich dich mal freuen das gab richtig viele expo punkte so so normal ist das kaputt so wir müssen das mal reparieren hast du das geld kostet kostet gar nichts kostet das oder ne so weiter gehts da haben wir einen kleinen fisch jetzt nur gefangen ich glaube da bringt fast gar nichts ein hier ist kein fisch okay aber vielleicht kommt da gleich einer da kommt schon einer da sieht man gar keinen wurm an angel zusammen angehaken doch da jetzt kommt er befreit sich aber wir schaffen das noch da schon wieder so ein richtiger großer fisch so dann hier schnell hinschmeißen die kleinen bringen eigentlich nicht so viel so da haben wir dich ne mein Freund mein Freund der Sonne ist was mein Freund war ich war war schon wieder so ein kleiner ein mittlerer so level 5 erreicht sowas können wir dann jetzt hier machen beim fischhändler können wir verkaufen haben wir die schon verkauft was war hier alles verkaufen natürlich soll ich damit besser kein fisch obwohl ziemlich gesund ist aber ich erst trotzdem kein fisch so können wir jetzt werden jetzt drei neue sachen hier so haken haben wir haben aber noch ein paar haken somit würde ich sagen dass wir das so nicht so ganz brauchen ok da schauen wir auf jeden fall noch mal vorbei acht würmer haben wir noch so Das war's für heute. Ich weiß gar nicht, wie hoch man ein Level aufstellen kann. Oh, das ging ganz schnell. Oh, der hat viel gebracht. Zwei Haken haben wir noch und zwei und fünf Würmer. Das heißt, wir müssen gleich nochmal Haken kaufen. So, ich gehe auf jetzt. So, am besten so ein großer und nicht so ein kleiner. Da kommt der Kleine an. Oh, komm, den ziehen wir auch mit raus. So, klicken Sie hier. Deine Ausrüstung. Ach so, also das habe ich hier noch alles. Ja, nice. So, dann würde ich sagen, dann die großen Haken hier. Aber da kommen die drei Kilo Fische bestimmt. Und ausgerüstet habe ich jetzt, ne? Alles klar, alles klar. Oh, der Haken sieht gut aus. Mal sehen. Vielleicht kommt er auch gleich drei Fische. Oh, der Haken sieht gut aus. Okay. 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 Auswurf. Ach ja, wer dieses Spiel auch spielen möchte, ist kostenlos bei Steam oder so. Einfach den Namen eingeben und zack, könnt ihr es auch spielen. Oh, ja, das ist gut aus. Mal wieder. Ne, das ist noch ein kleiner. Köder sind aufgebraucht. Hm, okay. Jetzt wird mit Brot geangelt. Geht aber auch gut, also. Muss man echt sagen. Und auswurf. So, Level 6 erreicht. Gesamtgewicht um 2000 bekommen und ein paar Sachen noch. Köder und sowas. Auf jeden Fall ganz gut. Gesamtgewicht. Okay, ich glaube, ich glaube, wir sollten nochmal verkaufen gehen hier. Wollen wir jetzt hier verkaufen auch, oder? Verkaufen. Ich will verkaufen. Weiß gar nicht, ob das hier war. Vielleicht war das hier auch Fischhändler, genau. Ja, dann verkaufen wir. So, die Zeit ist auch wieder um, wenn euch das Video gefallen haben sollte und das Spiel natürlich, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ciao. Bis nach. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.